Ich hab' gewusst, dass du kommst! Cool ein Porsche! Der ist voll cool! Ja und voll schnell, aber nimm deine Dreckspfoten von meinem Lederlenkrad. Es ist fast 5, Frankas Wein wäre allmählich angemessen. Darf ich Sie einladen? Es ist gerade halb 12. Sehr geehrter Herr Gruber, nach mehreren Versuchen telefonisch mit Ihnen in Kontakt zu treten, ersuchen wir Sie auf diesem Weg sich eh erstmöglich mit der onkologischen... Du bist ein krankes Arschloch, dass du sowas postest, ja? Du hast überhaupt keine Freunde, oder? Gleich halt doch deine Pappen mit deinen blöden Schnöseln, Deppengeplappere! Ich dachte, wir tun eigentlich so, als hätte ich den Brief nie gesehen. Als wäre es nur ein Nagelpilz oder sowas. Ich kann bitte nicht Salat Nagelpilz sein. Okay. Entschuldigung. Bitte, gehen Sie zur Bestrahlung. Nein. Hängen Sie nicht an Ihrem Leben. Den verwässerten Esoscheiß kannst du wieder einstecken. Da hat dir als Kind sehr gut getan. Einem Krebskranken Globuli geben, das ist wie... Du weißt, einem Krebskranken mit Globuli kommen, verstehst? Aus dem Sterben wird nichts, Kuba. Ich will, dass du bleibst. Nein! Juni, du bist voll aggro. Ich geb dir 5 Euro, wenn's nicht heult. Okay. 5,5 Euro heul ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.